Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung hat die Ankündigung Russlands, im Nachbarland Belarus taktische Atomwaffen zu stationieren, scharf kritisiert. Das Auswärtige Amt warf Präsident Putin vor, einen weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung zu betreiben. Belarus habe sich in mehreren Erklärungen verpflichtet, frei von Nuklearwaffen zu bleiben. Die USA reagierten zurückhaltend. Laut Pentagon gebe es keine Anzeichen dafür, dass Russland einen Einsatz der Waffen vorbereite.